Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Freitag, dem 21.02.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 789. Und heute darf ich den Achim vertreten, der aktuell in Graz gerade einiges zu tun hat. Heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Begleitender Modus, Oppo Smartwatch, ColorOS 7, LG V50, Chrom Wand und Office Apps. Ich beginne mit einer neuen Möglichkeit, die euch TikTok, vor allem den Eltern, in die Wiege legt. Oder in die App legt, besser gesagt. Kleiner Hinweis dazu, ist noch nicht überall freigeschaltet. Aber wenn ihr wissen möchtet, wie ihr diesen Begleitenden Modus aktiviert und was es genau ist, ich habe einen Blogpost auf dem buggipsy.ch-Blog geschrieben, wie immer auf der daily.geektalk.ch oder logischerweise auch im Podcatcher eurer Wahl verlinkt zum Nachlesen. Dabei geht es darum, dass ihr eure Kinder dabei begleiten könnt, soziale Kompetenz zu erwerben, sprich ihnen aufzeigt, wie man die App nutzt und sie ein bisschen einschränkt in dem, dass sie nicht von wildfremden Menschen angeschrieben werden können und so weiter und so fort. Ein paar wirklich sinnvolle Geschichten, wie ich finde, die wir bei unseren Töchtern auf jeden Fall sofort aktivieren, wenn es denn da ist. In den letzten Tagen ist wieder ein bisschen mehr aufgetaucht. Es kam ein neues Bild zu der kommenden Oppo-Smartwatch, auf die ich extrem gespannt bin und da ja die MWC nicht stattfindet, weiss man nicht genau, wann sie jetzt kommen wird, aber man geht davon aus, mit dem Find 1, wie heisst das Telefon nochmals, dem Find X2, das, was sie auch an MWC wahrscheinlich hätten vorstellen wollen, zusammengebracht wird und jetzt dürfen wir gespannt sein, wenn es soweit ist. Ich hoffe natürlich auf ein eigenes Betriebssystem, darauf kein Wear OS und ja, mal schauen. Auch gibt es Neuigkeiten zum Opera Color OS 7, etwas, was ich mich sehr gefreut hätte, wenn es dann auch gekommen wäre, wie es hätte sein dürfen sollen wollen. Mein Gott, Deutsch wieder mal. Aber ja, im November hat man angekündigt, zumindest ein Roadmap für den chinesischen Markt. Bei meinem Renault 2, was ich aktuell ganz fleissig noch am Nutzen bin, ist es zumindest für Schweiz circa Februar angekündigt worden. Jetzt liegt die neue Roadmap für China aus und da ist das Renault 2 zum Beispiel mit dem 10. März dabei. Wer andere Modelle von Renault, von Oppo besitzt, der sollte mal in den Blogpost reinlesen, den wir verlinkt haben in den Shownotes. Dann gibt es tolle Neuigkeiten für all diejenigen, die ein LG V50, dem für mich besten B-Club-Smartphone, was auf dem letzten MWC im letzten Jahr vorgestellt wurde, das haben ja Drachim und ich da auch so erzählt. Und das bekommt jetzt endlich ein Update auf die kommende Android 10-Version. Zumindest in Italien aufgetaucht. Meines liegt gerade neben mir, ist am Aufladen. Ich bin gespannt, ob ich da auch das Update bekomme. Wenn es so wäre, würde ich es natürlich noch über Twitter verteilen. Für diejenigen, die es interessiert, weiter geht es mit Chrome. Und die hatten ja einen kleinen Erfolg in dem Sinn, dass ja Microsoft mit ihrem Edge-Browser auf die Chromium-Plattform gewechselt hat. Und Google meinte ja auch ganz brav, dass sie sich freuen und alles heile Welt und so weiter. Aber anscheinend kommt der Browser nicht nur bei uns sehr gut an, sondern eben auch bei den Nutzern. Und zwar so gut, dass sie wahrscheinlich denen auch ein paar Anteile abnehmen konnten. Und mittlerweile ist es wieder so weit, dass Google zu so unschönen Mitteln greift, wenn man sich eine Chrome-Extension installieren möchte. Kommt eine gelbe Warnung nach dem Motto, man soll sich doch bitte besser den Google Chrome runterladen. Ach Google, ja, typisch halt, wie immer. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit, die ist zwar von vorgestern, aber ich finde, die ist wirklich toll und ich freue mich drauf. Wir haben im November schon mal davon berichtet, dass die Beta da ist von der Microsoft Office App, der gemeinsamen App, die Word, Excel, PowerPoint und die Microsoft Lens in eine App unterbringt. Und die ist jetzt seit wenigen Tagen für Android zugänglich, offiziell und auch für iOS. Wer das also nutzen möchte oder mal austesten möchte, kann das tun. Wer noch nicht ganz sicher ist, schaut euch das Video an. Ich habe damals im November Hals über Kopf ein Video gemacht. So kann man sich anschauen, wenn man mag. Ansonsten wünsche ich euch damit mit den letzten News jetzt auch noch einen schönen Freitag und vor allem einen erfolgreichen Freitag. Und wenn ihr frei habt am Wochenende, geniesst es. Dass alle diejenigen, die arbeiten dürfen, müssen oder wollen, euch eine schöne Arbeitszeit und genauso ein tolles Wochenende. Bis bald. Und nächste Woche bin ich ja wieder für euch da. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.